Ja, aus diesen gesammelten Daten wollen wir mal ein Diagramm erstellen, und zwar ein Diagramm, das zwei Werte anzeigt. Dazu wähle ich einfach erstmal nur einen Bereich aus, mit Datum und Anschläge, und sage, Einfügen, Säulendiagramm, zwei Säulen. So, dann habe ich hier schon mal Datum, Anschläge, das kann ich überhaupt nicht brauchen, auch die Größenachse, damit wollte ich ja eigentlich gar nicht arbeiten. Ich wollte einmal die Anschläge darstellen und auf der anderen Seite eine Größenachse machen mit den Fehlern, also Anschläge und Fehler wollen wir darstellen. So, dann gehe ich hier in diesen Bereich mit einem Rechtsklick rein und sage Daten auswählen, und hier lösche ich einfach erstmal alles raus. So, was brauchen wir jetzt alles für unser Diagramm? Wir sagen hinzufügen, der Reihenname ist Anschläge, hier das was drin steht, bitte rauslöschen. Hier brauchen wir jetzt die entsprechenden Werte, also wenn wir hier Anschläge hatten, dann brauchen wir hier die Anschläge. So, dann sagen wir zusätzlich noch Fehler, hier wieder rauslöschen und dann die entsprechenden Fehlerwerte. Okay. Und jetzt fehlt noch die Größenachse, hier sagen wir auch bearbeiten und die Achsenbeschriftung, die finden wir hier, das ist beim Datum. Und dann sagen wir okay. So, wir haben die Anschläge, die Daten dazu, Fehler, die Anschlagszahlen dazu und die Größenachse wird hier entsprechend beschriftet. Dann sagen wir okay. Und jetzt haben wir hier entsprechend das Datum, die Größe, Anschläge und Fehler. Jetzt haben wir allerdings das Problem, hier wird jetzt gerade gemischt, also wir haben jetzt bei 1500 Anschlägen und zwei Fehlern. Da haben wir gerade nicht etwas, was sehr deutlich sich davon voneinander abhebt und darum müssen wir hier eine zweite Größenachse einbauen. Damit wir das machen können, müssen wir hier diese Säule überhaupt erwischen. Können wir gerade nicht. Darum mache ich jetzt hier einfach mal 200 draus. Jetzt wird das hier größer, dann kann ich das anklicken, rechtsklick und dann kann ich sagen, Datenreihe formatieren und jetzt möchte ich eine sekundäre Achse haben. Also für diesen Bereich möchte ich eine zweite Achse. Dann sage ich schließen und ich kriege auch eine zweite Achse. Und jetzt müssen wir noch hergehen hier drauf, rechtsklick, Achse formatieren. Und hier reicht es aus, Minimum 0, Maximum, machen wir mal den Schnitt bei 8 Fehlern. Alles was drüber hinaus geht, wird dann einfach oben am Rand dargestellt. Okay, bis 8 und der rote Bereich, der soll auch, ja, das schießt dann übers Ziel hinaus bei 200 Fehlern. Das stelle ich mal gleich wieder um und der rote Bereich, da möchte ich den Diagrammtyp ändern, also markieren, rechtsklick und dann sage ich das Diagrammtyp ändern. Da wähle ich ein Liniendiagramm aus, sage OK und jetzt habe ich eine schöne Unterscheidung zwischen den Anschlägen. 2000 Anschläge, 1800 Anschläge und die Fehler, das sind dann hier die Linien. Hier hat man ein Fehler, hier hat man beide Male zwei Fehler. So, was wir hier noch bräuchten, wäre, dass wir hier, rechtsklick, Achse formatieren, dass wir hier den Intervall ändern. Hier sagen wir Hauptintervall alle sieben Tage. Also höchstens alle sieben Tage wird eine 10-Minuten-Abschrift geschrieben. Und dann ist es hier auch nochmal entsprechend übersichtlicher gestaltet. Man könnte auch noch zur Legende hin und sagen, wo ordnen wir die an? Wo haben wir denn die Legende? Da ist die Legende. Dann ordnen wir die, machen wir die weg? Ne, unten. So, und je nachdem, wie sich jetzt die Tabelle füllt, füllt sich dann auch entsprechendes Diagramm. Also wir haben jetzt hier schon eine Datumsangabe. Wenn wir hier jetzt wieder 2000 Anschläge haben, null Fehler, haben wir einen Einser. So, dann, was haben wir? Das nächste Datum ist dann der 23. 23.3.15. Die Tabelle, äh, das Diagramm erweitert sich automatisch. Wir können hier wieder die Anschlagszahlen eingeben, können hier die Fehler eingeben. Und wir haben dann automatisch die Note und das Diagramm erweitert sich.